Jens, wir sind ja kein Fußball-Podcast, aber sprechen wir heute über Thomas Müller? Ja, auch. Habe ich gehört. Ist ein Fun-Fact. Ein Fun-Fact? Ja, ist ein Fact. Aber hört selbst, wir haben eine Goldmedaille gewonnen im Springreiten. Darum geht es gleich. Viel Spaß beim Team Deutschland-Podcast aus Paris. Auch diese Episode wird wie immer und jeden Tag in Paris präsentiert von der Sparkassen-Finanzgruppe. Und ich bin ganz ehrlich, Jens, ich wurde ein bisschen überrascht heute Morgen von unserer Goldmedaille. Ja, Hammer. Also, was soll ich sagen? Wir haben gestern Abend noch ein bisschen, waren wir defensiv, was unsere Springreiter angeht. Aber ich habe es ein bisschen, erinnerst du dich? Ja. Ja, ich habe gesagt, vielleicht machen sie es diesmal andersrum. Nämlich nicht Bombe im Halbfinale ohne Fehler und dann im Finale mit den Fehlern, sondern andersrum. Und da haben sich ja zwei Reiter so gerade so ins Finale geritten. Philipp Weißhaupt und Christian Kuckuck ins Finale geritten. Philipp Weißhaupt war, glaube ich, sogar an 30. Position. Die besten 30 waren fürs Finale qualifiziert. Ich glaube, Kuckuck, Christian Kuckuck auf 22 oder so. Das heißt, die waren doch beide schon sehr früh dran. Wieder heute Morgen irgendwie um 10 und um Viertel nach 10. Auf einem relativ, soweit ich das bewerten kann, schweren Parcours da in Versailles. Und ja, aber dann war Christian Kuckuck mit null Fehlern geritten und in einer guten Zeit. Und war ganz lange direkt vorne und dann haben wir schon gesagt, okay, das sieht nach einer Medaille aus. Und dann ging es dann noch ins Stechen. Das heißt, es waren nur drei von 30 Reitern, die diesen schweren Parcours fehlerfrei geschafft haben. Christian Kuckuck war einer davon. Das heißt, Medaille sicher. Er musste aber als erster starten, weil ich glaube, er hatte, ich weiß nicht, ob das gelost wird. Ich glaube, er hatte die langsamste Zeit. Musste dann als erster starten. Hat das aber wiederum auch als Vorteil auch wieder ausgelegt. Genau, Stechen ist ja dann so, dass das auch weniger. Das waren acht Hindernisse. Und deswegen hat er jetzt auch beim Metal Walk auf der Bühne im Deutschen Haus erzählt. Ihr merkt, ich versuche dieses heute und morgen einfach mal rauszulassen. Das hilft total. Ich mache ohne Zeit. Das hat er beim Metal Walk erzählt, hier auf der Bühne im Deutschen Haus, dass er erst mal gesagt hat, klar, Medaille ist cool, ist sicher. Also, und dann gebe ich jetzt Gas und will die anderen unter Druck setzen. Weil das eh alleine fehlerfrei zu schaffen, ist total schwierig. Wenn ich das schaffe und in einer guten Zeit, dann sind die anderen massiv unter Druck. Hat er gemacht. Hat ganz gut geklappt, weil beide anderen haben dann auch gerissen. Ich glaube, einmal eins und einmal zwei. Und dann hat er das Ding nach Hause geholt. Wir haben das genannt, der neue König von Versailles. War ganz passend eigentlich. Schönes Foto geworden. Wie heißt sein Pferd? Checker 47. Oder 47? Nee, 47. Checker. Aber ganz kurz, Checker. So, und das ist nämlich jetzt die Geschichte. Das hatten wir auch schon mal irgendwann beim Dressurreiten, glaube ich, erzählt. Die Pferde gehören nicht unbedingt oder eigentlich selten den Reitern selber, sondern die gehören Besitzern, die viel Geld haben. Weil diese Pferde sind auch viel Geld wert. Zumindest wird dafür viel Geld bezahlt. Und jetzt im Falle von Checker ist es so, dass Thomas Müller da, ich weiß gar nicht, wie sagt man, Anteilseigner ist? Nee. Ja, stimmt. Mitbesitzer. Mitbesitzer. Gehört ihm nicht alleine, aber ich glaube mit einer anderen Frau zusammen, wenn ich das richtig gerade im Kopf habe. Und dementsprechend hat auch Thomas Müller heute Abend schon eine Grußbotschaft auf Instagram rausgehauen, wie sehr er sich freut und so. Und das ist wohl auch so, dass das schon vor einigen Jahren, das ist eine längere Geschichte. Okay. Weil sonst ist es so, es kann dann sein, du reitest Checker schon länger und das macht Christian Kuckuck, die reiten schon lange zusammen. Dann wird dein Pferd aber verkauft und dann sagt er besitzt, nee, du reitest den nicht mehr. Und Thomas Müller hat dafür wohl gesorgt, dass Christian Kuckuck weiter den Checker reiten darf. Perfekt. Sehr gute Entscheidung. Vielen Dank, Thomas. Christian Kuckuck, super Typ außerdem. Ja, da war ich super. Also einen Typ, den kennst du halt nicht, weil der auch... Aber positiv überrascht. Ich meine, man hat dann Vorurteile wahrscheinlich gegenüber Reitern, ist leider so. Aber Hammer. Aber alle Medaillen, die ich bisher kennengelernt habe, sehr nett. Super cool, toller Sportler. Hat auch noch wieder ewig Autogramme geschrieben auf der Fansorne, die wollten ihn gar nicht gehen lassen, zusammen mit den 3x3-Mädels, die heute auch da waren. Ja, von der Nummer. Die haben wir auch abgefeiert hier, zu Recht. Es war das erste Mal im Deutschen Haus, oh wie ist das schön. Bei beiden, wir haben direkt hintereinander diese beiden Medaillen gefeiert. Oh wie ist das schön, durchs Deutsche Haus geschallt. Die Mädels hatten Tränen, also Sonny G, Sonja Greinacher hatte wieder, hat Tränen in den Augen, ich habe es gesehen. Die ist so gut, ja. Ich meine, MVP, ne? MVP. MVP. Ist auch durch die Hallen hier geschallt. Auf jeden Fall völlig zu Recht. Das waren sehr schöne Momente. Rückblick auf gestern. Lass uns nur ganz schnell durch die Highlights gehen, glaube ich, weil es ist ganz viel gerade ongoing, wo einfach dann sozusagen Wettbewerbe gar nicht beendet sind, sondern die einfach jetzt fortlaufen. Kanu Rennsport ist reingestiegen, haben wir auch gestern drüber gesprochen, in die Wettbewerbe. Da gab es jetzt keine großen Überraschungen. Wir sind in den meisten Wettbewerben einfach eine Runde weiter. Wir kommen gleich, glaube ich, nochmal ganz kurz zu einem Abschied. Wir haben auch einige Abschiede hier zum Tischtennis. Kommen wir gleich zu. Vorher vielleicht eins der Highlights heute, Viertelfinale gegen Griechenland beim Basketball. Also, dass das so rund läuft und so abgeklärt. Die haben zwar die erste Hälfte, war nicht so gut. Aber dann selten das Gefühl gehabt, das klappt heute nicht. Also, gar nicht. Also, die Mannschaft ist einfach... Die haben einfach mittlerweile ein Level erreicht. Ja, ja. Das ist echt... Da kannst du einfach, da bist du auf... Ja, klar, wir sind jetzt nicht nur in Europa, aber es war jetzt auch ein anderes europäisches Team. Klar, Giannis Antetokounmpo, Superstar. Aber wir haben auch Superstars. Und unser Team ist natürlich auch... Genau, unser Team ist der Star. Ich glaube, da geht ein Rädchen ins andere. Und das ist schon ein Riesen-Ausrufezeichen. Da fand ich jetzt relativ souverän, ins Halbfinale einzuziehen. Ich weiß jetzt nicht, die anderen Spiele... Ich habe nur Australien gegen Serbien mit Nikola Djokic gerade nur erst in der Verlängerung gewonnen. Lagen auch schon massiv weit hinten während des Spiels. Also, das sind schon... Halbfinale ist halt... Ist crazy. Wir erzählen morgen mal, gegen wen wir spielen. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Wir spielen nicht gegen USA im Halbfinale. Nee, nee, also wir spielen gegen Kanada. Frankreich oder Kanada. Genau. Wir werden jetzt schon gespielt haben. Wir wissen nicht genau, wer gewonnen hat. Wir wissen es noch nicht. Erzählen wir euch morgen, weil morgen spielen die auch gar nicht. Also heute, morgen, im nächsten Podcast. Weil da spielen die auch gar noch gar nicht. Die spielen, glaube ich, jetzt am Donnerstag wieder. Genau. Super knappe Kiste beim Hockey. Aber gewonnen. Finale. Wow. Finale. Geil. Ey, wirklich, das war Aufmesserschneide, super eng. 2-2 bis kurz vor Schluss und dann ein geiles Tor. Also wirklich schön abgefälscht, Stock reingehalten, kurze Ecke. Und dann aber auch über die Zeit gebracht. Souveräner als die Danas in ihrem Viertelfinale gegen Argentinien. Jetzt die deutschen Herren ja gegen Indien. 1-0 hinten gelegen nach einer Strafecke. Hatten super viele Strafecken gegen sich. 2-1 geführt dann. Einmal Gonzalo Pejad nach der Strafecke. Und dann Christopher Rühr mit einem 7 Meter. 2-1 geführt. Dann wieder durch die Strafecke. Ist 2-2 kassiert. Auf und ab. Aber ich gönne es den Jungs. Hammer, hammer geil. Donnerstag, Finale. Gegen die Holländer. Gegen die Holländer. Na klar. Oh Gott, oh Gott. Das wird was. Einmal kämpfen und dann, ey, wenn wir uns da eine Medaille holen. Die Medaille haben wir, aber welche? Also die goldene Medaille holen dann. Das wäre gut. Sagen wir mal so. Nicht so gut lief es bei den Fußballfrauen. Auch nach einem unfassbaren Kampf. Sehr dezimiert, muss man sagen. Alex Pop konnte nicht. Lea Schiller war auch nicht dabei. Lena Oberdorf extra angereist nach Lyon. Aber ohne die drei ist ja brutal. Und dann gegen die USA. Und dann so gut spielen. Also die waren gut dabei und hatten auch ein paar gute Chancen. Ja. Haben es dann nicht geschafft, einen reinzumachen. Ja, 0-0 in die Verlängerung. Dann leider in der Verlängerung einmal hinten nicht aufgepasst. Unsauber. Und hinten raus vorne kein Ding mehr gemacht, obwohl die Chancen auch da waren. Bitter, bitter. Jetzt irgendwie belohnen mit Bronze. Das wird aber auch in Lyon ausgespielt. Aber ich habe schon gehört, die planen auf jeden Fall die Abschlussreiter. Die kommen nach Paris. Die kommen nach Paris. Die wollen die Abschlussreiter. Zurecht. Also wenn die Bronze gewinnen, kommen, 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 kommen sie. Die kommen glaube ich auch, wenn sie nicht Bronze gewinnen. Ja, genau. Die kommen auf jeden Fall. Aber ich will, dass die mit Bronze hier erscheinen im deutschen Haus. Das wäre, also den Medaillen anfangen würde ich gar nicht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Beachvolleyball wieder super souverän. Ich bin so happy. Elas Wickler. Geile Typen. Es geht viral auch gerade wieder wie. Der ist 2,11 Meter. 2,11 Meter. Nach dem Spiel ist es dann so on camera auf dem Feld. Sein Partner schrieb, du bist so ein geiler Typ. Das ist super. Halbfinale jetzt. Mega. Finde ich richtig gut. Dann hatten wir in der Leichtathletik ein paar Dinge. Malaika Miyamo hat uns aber wirklich zittern lassen. In der Quali, man hat drei Sprünge. Malaika einfach mal die ersten beiden. Fehlversuche. Fehlversuche und dann mit einem ganz sicheren und gefühlt 30 Zentimeter vom Brett weg. Also mit der drittweitesten Weite einfach. Dann souverän. Die anderen beiden. Michael Lassani und Laura Raquel Müller leider ausgeschieden. Haben es nicht geschafft im Finale. Heute Abend, Abendsession in der Leichtathletik. Ein toller sechster Platz, finde ich, von Simon Barth im Weitsprung. Ja, voll. Und dann waren noch Gesa Krause und Lea Meier dran. 3000 Meter Hindernis, zehnte und vierzehnte. Ich glaube, Lea Meier zehnte. Genau, Gesa hatte keinen guten Tag. Leider. Hat die nicht Geburtstag? Heute oder morgen? Ich hatte mit ihrem Podcast drüber gesprochen. Sie hat gestern, heute oder morgen Geburtstag. Aber wann wir den Podcast hören, dann ist gestern, heute und morgen auch eine Zeitangabe. Die können wir nicht gebrauchen. Ich glaube, ja, gut. Ich sag mal, sechste, achte hat die Geburtstag. Check das mal bitte. Yes. Ja, und letzte Sache vielleicht, ne? Oh Mann, ey. Tischtennis. Wir haben gegen Schweden gespielt. Du hast gestern schon gesagt, die sind schwer, die sind Europameister, die sind gut. Keine Chance leider. Und wir wussten, dass es irgendwie irgendwann mal zu Ende geht. Wir hatten natürlich gehofft, dass es weitergeht. Besonders mit Dirk Nowitzki in der Halle. Der hat gestern ja unsere Basketballfrauen, 3x3 Frauen auch zu Gold geführt. Und dachten, seinen alten Kumpel Timo nochmal unterstützen. Hat leider nicht gereicht. Timo und Dankjuh haben schon das Doppel ganz am Anfang. Relativ klar 3-0 verloren. Danach Dima Ovchorov. 2-1 Sätze geführt. Und noch 3-2 verloren. Ärgerlich. Gegen den Silbermedaillengewinner im Einzel. Möllegard. Möllegard. Irgendwie sowas. Und Timo Boll hat es dann nochmal versucht. Lag schon auch 2-0 hinten. Hat nochmal auf 2-1 verkürzt. Hat dann aber gegen Anton Schellberg leider den Kürzeren gezogen. Unsere Tischtennismänner ohne Medaille. Also Tischtennis komplett. Die Frauen sind noch drin. Spielen. Morgen. Heute. Heute. 10 Uhr gegen Indien. Ja. Haben wir da eine Chance? Das Viertelfinale. Ich weiß es nicht. Auch da sind wir ja dezimiert. Aber heute haben sie gegen die USA 3-2 gewonnen. Das wäre geil, weil dann holen die Frauen jetzt eine Medaille. Why not? Umso besser. Lass uns auf heute kurz gucken. 7. 7. 8. Welcher Tag ist das? Dienstag ist heute, ne? Das ist dann schon der Mittwoch. Ach, wir sind schon am Mittwoch. Ja, uns gehen langsam... Es geht dem Ende entgegen. Ich habe gerade noch lustigerweise im Deutschen Haus neben Felix Neureuther gesessen. Ich habe halt wenig gelauscht. Und er meinte nur so, ich will nicht, dass es aufhört. Es ist so wunderschön hier. Ja. Und das sehe ich auch so. Das sehen wir alle so. Aber leider, leider, leider... Ja, es ist verrückt. Lass uns da noch nicht drüber sprechen. Da werde ich ja ganz sentimental mit dieser Zielgeraden. Lass uns über heute sprechen. Wer ganz früh aufsteht, vielleicht so zum Frühstück, kann dann gehen gucken. Mixed Staffel. Christopher Linke und Saskia Feige. Wann geht das los? 7.30 Uhr schon. Sonst wird es zu heiß. Beim Gehen, da hat man mit der Hitze, das ist wie Marathon, muss man früh anfangen. Dann starten unsere Golferinnen ins Turnier. Esther Henseleit und Alexandra Försterling. Försterling? Försterling. So, ist richtig. Genau. Tisch stellen ins Viertelfinale, haben wir gesagt. 10 Uhr, Deutschland gegen Indien. Genau. Johann Wann, Jonas Chan und Annett Kaufmann. Ja. Kaufmann, gerade reingekommen für Nina Mittelham, hat gestern den entscheidenden dritten Punkt geholt. Finde ich mega. Geil. Von der Ersatzbank direkt ins entscheidende Spiel. Sehr gut. Ich bin sehr gespannt auf Wasserspringen. Das ist auch so ein Wettkampf, der ist bisher so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Wir waren auch noch nicht so erfolgreich, ehrlich gesagt. Aus der Vergangenheit sind wir da schon gewohnt, mal in gewissen Disziplinen weiter vorne mitzuspringen. Bin gespannt, ob da noch... Was ist morgen? Was steht an? Drei-Meter-Brett-Halbfinale mit Moritz Wesemann und drei-Meter-Brett-Vorrunde mit Saskia Oettinghausen und Jette Müller. Okay. Aber geht noch nicht um Medaillen. Nee, nee. Sind noch vorrunden. Ich bin mal gespannt. Gucke ich mir auch mal gerne an. Ja. Okay. Die Volleyball-Halbfinals und Hockey-Halbfinale finden der Frauen finden ohne uns statt. Skateboard Park. Tyler Edmeier. Er ist in die Quali. Vielleicht schafft er es ins Finale. Haben wir vergessen zu erzählen. Gestern Lili. Stiffhasius. Für mich immer noch 17 Jahre, zweite olympische Teilnahme. Das ist schon crazy. Ist 10. geworden. Nee, 14. Ach, echt? Ja. Hattest du damit nicht in die Finalrunde geschafft. Hat aber einen sehr guten Run, der eigentlich gut dran war. Ja, Hut ab. Dann geht es weiter wie immer. Was heißt wie immer, aber jetzt die nächsten Tage können wir so weitergehen mit Radsport-Bahn. Bahn-Radsport. Mit ganz vielen verschiedenen Disziplinen. Da sehe ich auch noch nicht. Bin ich ganz ehrlich nicht so richtig durch. Es gibt Sprint, es gibt Kairin, es gibt Teamsprint, es gibt Einzel-, es gibt Doppelverfolgung, Mannschaftsverfolgung. Muss ich mich nochmal einlesen und reingucken. Muss ich erstmal wieder mit warm werden. Ja. Und dann natürlich einen absoluten Knaller. Zur Mittagszeit schon, 13.30 Uhr. Handball. Viertelfinale gegen Frankreich. Wir haben die Handballfrauen gestern knapp verloren gegen, was heißt knapp? Also haben gut gekämpft, 23.26 Uhr. Ja, aber gegen haushohen Favoriten Frankreich, muss man sagen. Das haben sie sehr, sehr lange gut mitgehalten, fand ich. Das sollten wir vielleicht nochmal loben erwähnen. Haben sich jetzt ja aus dem Turnier noch mit verabschiedet. Genau. Wir haben gut gekämpft wieder. Und es stand irgendwie zur Halbzeit, waren wir mit fünf hinten. Und dann haben wir, in der 40. war es 15.15 Uhr. Ja, ja. Da war eigentlich mehr drin fast. Aber gut. Die Männer wieder gegen Frankreich. Frankreich überhaupt noch nicht wirklich im Turnier. Unsere Männer Erster geworden in der Gruppe. Also, aber da in... In Lille in dem Kessel, da will ich jetzt da morgen nicht stehen, ehrlich gesagt. Ja, besonders mit unserer jungen Truppe. Mal gucken. Und dann haben wir direkt noch ein Spiel gegen Frankreich. Wir haben ja erst, die erste Woche war alles gegen Japan. Jetzt haben wir alles gegen Frankreich. Basketball Frauen. Viertelfinale. Viertelfinale. Auch mega spannend. Bin ich sehr gespannt. 18 Uhr. Kann ich nicht einschätzen. Doch. Die packen das. Okay, gut. Basketball läuft. Ich sage dir, die packen das, stehen im Halbfinale und gewinnen nachher Bronze. Super. Der Hypetrain. Der Basketball-Hypetrain rollt. Yes. Sehr gut. Ja, und dann unser persönliches Highlight morgen ganz spät. Aber so ist es. Hat so ein bisschen Rocky Balboa-Feeling irgendwie 22.02 Uhr. Ich weiß nicht, warum. Wegen Einlaufen vielleicht noch. Weiß ich nicht, ja. Wegen Spürkes vorher. Spürkes vorher. Nelvetia, fuck. Boxen im Halbfinale. Superschwergewicht. Und jetzt wo boxt der? Der boxt gegenüber. Gegenüber. In der Nachbarschaft. Roland Garros. Haben die doch tatsächlich jetzt im Boxeren in Philippe Chatrier reingekalt. Im Center Court. Ist das geil. Ich habe es noch nicht gesehen. Hast du es schon wieder gesehen? Ja, da schicke ich aber morgen drei Fotografen. Ja. Das kannst du dir überdenken. Da müssen alle hin. Das ist so geil. Naja, und wenn er gewinnt, dann kämpft er im Finale. Er kämpft gegen den Usbeken. Der ist sehr stark. Wenn er verliert, hat er Bronze. Yes. Das ist auch, ehrlicherweise, wenn wir so auf morgen gucken. Auf heute. Auf heute gucken. Ein bisschen so die einzige richtige. Also eigentlich ist es ja eine sichere Medaille schon. Ja. Wir hoffen, dass es noch weitergeht. Aber das wäre. Sagen wir mal so, es ist die größte Chance morgen auf eine Medaille. Da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Genau. Es geht um den Bahnrad. Hier unser deutscher Bahnvierer der Frauen, der in Tokio Gold geholt hat mit Weltrekordzeit, hat heute leider das Goldrennen verpasst. Das ist also gestern. Heute ist das Finale. Sie haben, glaube ich, die fünftschnellste Zeit gefahren und können sich jetzt noch fürs Bronzerennen qualifizieren. Toi, toi, toi. Ja, hoffen wir, dass da noch eine Bronze raus springt. Das wäre fantastisch. Ja. Daumen sind gedrückt. Jens, hattest du heute einen großen Moment des Tages? Für dich persönlich. Ich habe ausgeschlagen. Das ist gut. Also ich finde es sehr gut. Acht Stunden geschlagen. Du warst auch auf der Bühne heute oder nicht? Ich hatte, oh ja, ich hatte heute einen großen Moment im deutschen Haus. Ich stand auf der Bühne, warum auch immer. Oh nein. Haben wir über TikTok gesprochen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Du bist ein absoluter TikTok-Experte. Genau. Der hat sich noch alle Infos geholt, alle wichtigen Infos. Meiner war aber auch wieder mal nicht so sportlich, sondern wir sitzen ja viel im Büro, weil wir viel posten und so weiter. Und dann war ich von unten auf der Fanzone. Da war, wir hatten beide Metalwalks. Die 3x3-Frauen sind dann als erstes raus, um auf die Fanzone-Bühne zu gehen. Haben dann noch eine Sektdusche gemacht und sind dann in den Grabengang, haben Autogramme gegeben. Ich kam dann mit Christian Kuckuck da an. Gleiches Programm. Sektdusche, paar Fragen auf der Fanzone-Bühne, auch Autogramme. Und dann stand, erstens hat er die Live-Musik gespielt. Hier Fresh Music Live, wie wir bei uns auf der Bühne spielen. Die Mädels haben dann da, die Mädels, sagen wir mal, die 3x3-Frauen haben dann dazu getanzt. So ein bisschen haben wir bei der Autogramme geschrieben. Christian Kuckuck war auch super drauf, stand da im Graben. Die Schlange hat nicht aufgehört von Autogramm-Wünschen, Foto-Wünschen. Und das war so ein Moment für mich, wo ich mal draußen war, wo ich total gemerkt habe, was wir auch so hier erschaffen, was für einen Ort, was für einen coolen Ort für Fans mit der Fans. Und das war der Plan. Und da merkt man immer so, okay, das funktioniert, das geht auf. Das war ein cooler Moment. Und ein großer Moment findet jetzt auch noch oben im Deutschen Haus statt. Olympiasieger Andi Wellinger Zapfbier. Ich muss nach oben. Ja, machen wir Schluss für heute. Ja, schnell. Bis morgen. Ciao und tschüss.